Bei Nacht ist fehlende Beleuchtung im häuslichen Außenbereich eine Gefahr. Aber die Installation einer Lichtquelle ist aufwendig. Löcher bohren, Kabel verlegen, Zeit verlieren und nicht immer ist eine Steckdose in der Nähe. Mit diesen Problemen ist jetzt Schluss. Hier ist Vigilamp Solar. Das Gerät benötigt keine Installation und ist vollkommen schnurlos. Es kann überall angebracht werden. Vigilamp Solar beinhaltet einen Bewegungsmelder. Bei Sonnenuntergang schaltet sich das Licht im niedrigen Leuchtstärkemodus an und schaltet automatisch in den höchsten Leuchtstärkemodus, wenn der eingebaute Bewegungsmelder eine sich nähernde Person erfasst. Anschließend wechselt Vigilamp Solar wieder in den niedrigen Leuchtstärkemodus, um Energie zu sparen. Die Fotozelle wird tagsüber mithilfe des Sonnenlichts aufgeladen und garantiert einen bis zu 12-stündigen, ununterbrochenen Betrieb. Somit fällt auch kein Cent mehr an Stromkosten an. Vigilamp Solar kann problemlos an allen Flächen befestigt werden. Mauerwerk, verputzte Wände, Metall, Holz. Einfach die Schutzfolie abziehen und ankleben. Ohne Kabel, ohne Steckdose und ohne Werkzeuge. Vorher konnte es schwierig sein, das Haustürschloss zum Öffnen zu finden. Aber mit Vigilamp Solar ist stets die nötige Beleuchtung vorhanden. Wenn einem nachts etwas herunterfällt, kann das Wiederfinden ohne ausreichende Beleuchtung unmöglich sein. Dank der zusätzlichen Beleuchtung mit Vigilamp Solar wird dies nie mehr ein Problem sein. Ohne geeignete Beleuchtung kann das Betreten des Gartens schwierig und nicht mehr sicher sein. Mit Vigilamp Solar dagegen kann man sich absolut sicher bewegen. Vermeiden Sie Gefahren durch Absätze und Treppen. Dank Vigilamp Solar kann man nachts ohne Angst Treppen benutzen. Und im Fall eines häuslichen Stromausfalls funktioniert Vigilamp Solar als Notbeleuchtung. Glühbirnen im Außenbereich gehen kaputt und halten nicht lange. Das Auswechseln ist äußerst lästig. Vigilamp Solar enthält leistungsstarke und langlebige LED-Leuchtmittel. Sie sparen Zeit und Geld. Darüber hinaus ist Vigilamp Solar regenfest. Durch die ausschließliche Nutzung der Solarenergie schont Vigilamp Solar die Umwelt. Einfach an jedem beliebigen Ort anbringen und innerhalb weniger Sekunden in den Genuss der Sicherheit und Energieeinsparung durch Vigilamp Solar kommen. Besorgen Sie sich jetzt Vigilamp Solar!